Hallo, ich bin Sarah und ich arbeite mit dem Gastfreundschaftsteam in der Fratelli Zeni Kellerei. Wir stehen immer gerne zur Verfügung, um Besichtigungen unserer Kellerei zu organisieren. Wir besichten nicht nur das Weinmuseum, sondern auch die andere technische Area der Kellerei und vor allem gehen wir in diesen wunderbaren Barrikke Keller. Hier organisieren wir die geführte Besichtigung mit unseren besten Weinen.